Halten, Klaus der Gauern, Tücher, noch so streng gebunden, haben meine Lieder sich durchzogelig wunden. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass Audi diese Initiative genommen hat. Es ist ein absolutes Vorbild. Ich weiß keine andere Firma zurzeit in Deutschland, die einen eigenen Chor unterhält, also außerhalb eines Werkschores, wirklich ein Projekt, das in die Gesellschaft hineinträgt. So eine Ehre hier sein zu dürfen und für den Papst zu singen, ist nicht alltäglich. Das ist wirklich ein einmaliges Erlebnis gewesen.